Sie sind hier heute wirklich auch so ein bisschen das schönste Paar des Abends, hat man so den Eindruck. Was macht Ihnen jetzt ganz besonders zu Ihrem Traummann? Ach, wissen Sie, was heißt Traummann? Ich bin einfach, ich glaube, da muss man eher definieren, was ist Glück. Und Glück ist einfach eine, das kann man gar nicht so beschreiben. Das muss miteinander funktionieren, das muss passen, das muss genügend Humor da sein, das muss in jeglicher Hinsicht miteinander stürmen und das macht dann das große Glück aus. Und ob das jetzt Traummann oder Traumfrau ist, ich glaube, wenn es miteinander funktioniert, dann ist es einfach wunderschön. Gibt es denn ein Geheimrezept, wie man Liebe wirklich frisch halten kann, dass es wirklich lange glücklich bleibt, vielleicht bis für immer? Ich glaube, man muss einfach eine wahnsinnige, eine Akzeptanz haben von den anderen, Respekt. Und man muss tolerant sein, das ist auch ganz, ganz wichtig, auch gerade, wenn man später so ein paar Gewohnheiten hat, die muss man auch möglicherweise vielleicht abstellen können und so, um sich auch auf jemanden einzulassen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste in einer Beziehung.